Die ist irgendwie aus einem Bombenhagel in die Schweiz geflüchtet und hat dann den Eindruck bekommen, dass man eine Verbrecherin ist. Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. In dieser Episode geht es um zwei verschiedene Fälle, die beide im gleichen Heft veröffentlicht wurden. Und beide betreffen Wegweisung. Anina Frischknecht zum ersten Fall. Der heisst die verlorene Tochter und handelt von einer jungen Tibeterin, Pema Zering. Und sie wollte in der Schweiz einwandern, wo ihre Mutter lebt. Sie will, aber ihr Asylgesuch wurde abgelehnt. Wieso denn? Es wurde nicht abgelehnt. Es wurde gar nicht auf ihr Asylgesuch eingetreten. Und zwar, weil sie mit falscher Identität versucht hat, in die Schweiz einreisen. Und was ist das, die falsche Identität? Was hat sie dann angegeben? Sie hat einen falschen Namen angegeben und ein falsches Alter bei der Ereise. Und zwar, weil der Schlepper, den sie von Tibet oder von Indien in die Schweiz gebracht hat, ihr das auch empfohlen hat. Und da hat sie auf etwas hineingeholt, was sie nicht hätte sollen, in dem Fall. Kann man so sagen, genau. Und Mutter, wieso lebt denn diese Mutter in der Schweiz? Mutter ist damals in Peking bei den Olympischen Spielen an einer Demonstration dabei gewesen und verhaftet worden. Sie war dann in China im Gefängnis und hat sie irgendwie geschafft, aus dem Gefängnis herauszukommen. Die Umstände sind nicht so ganz klar. Und sie ist dann aus dem Gefängnis eigentlich auf Europa und in die Schweiz geflüchtet. Und sie ist jetzt da eine Vorlage in der Schweiz aufgenommen. Also die Mutter ist auf jeden Fall aufgenommen worden und die Tochter nicht. Was ist jetzt mit der Tochter dann passiert im Nachgang zu dieser nicht eingehenden Geschichte auf das Asylgesuch? Sie war fast drei Jahre in der Schweiz und eigentlich musste sie ausgeschafft werden. Sie hat sich mehrfach geweigert, um die Schweiz zu verlassen. Wahrscheinlich auch, weil sie es nicht so ganz verstanden hat, warum sie jetzt wieder gehen muss, wo sie endlich wieder mit der Mutter zusammen war. Und nach drei Jahren wurde sie dann in polizeilicher Begleitung auf Indien zurück ausgeschafft. Und weiss man jetzt, wo sie ist? Man wusste wirklich drei Wochen eigentlich nicht, wo sie ist. Sie ist wie spornlos verschwunden gewesen. Es hat keine Lebenszeichen mehr gegeben von ihr. Dementsprechend gross ist die Sorge auch gewesen bei der Mutter in der Schweiz. Sie ist dann in ziemlich schlechtem psychischem Zustand irgendwo in einem tibetischen Kartier in Delhi aufgefunden worden, von einem Mönch. Wo sie in den Obhut genommen hat und sie jetzt wieder so ein bisschen enger begleitet. Der zweite Fall, den wir heute besprechen wollen, der im gleichen Heft stattfindet, der auch eine Wegweisung beinhaltet, das ist deine Lukas Lippert. Der Fall, der heisst Mama Putin, ist doch der Feind. Da geht es um eine Frau, eine Russin. Man nennt sie da Irina Ivanova, die aus Kiew geflüchtet ist, zusammen mit ihrem Sohn und sie landet in der Schweiz. Und jetzt, was ist passiert? Ja, also vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Es ist ja da kein normales Asylverfahren, sondern es geht auch um den sogenannten Schutzstatus S. Also vielleicht noch schnell zu sagen, dieses Jahr sind noch nie so viele Menschen in die Schweiz gekommen, wie das letzte Mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Also allein aus der Ukraine sind es über 60'000 Menschen, die da hinkommen sind. Wegen dem Krieg, ja. Wegen dem Krieg, genau. Und das ist eben auch bei dieser Familie so gewesen. Genau, sie sind im Frühling da hinkommen und haben dann eben den Antrag auf den sogenannten Schutzstatus S gestellt. Wo ja so ein bisschen, in dem Sinne so ein Sonderstatus ist, wo jetzt das erste Mal aktiviert worden ist, dass die Leute, die jetzt vor dem Krieg geflüchtet sind, da sozusagen Schutz sollen bekommen. Und sie haben dann eben den Antrag gestellt und sind dann einen Monat später befragt worden. In ihrer Kurzbefragung. Und was ist da dabei herausgekommen? Ja, also eben, also es ist wirklich tatsächlich eine Kurzbefragung. Also es ist irgendwie eine halbe Stunde gegangen und einen Monat später haben sie dann den Entscheid bekommen, dass ihnen das Migrationsamt nicht glaubt, dass sie in Russland in Gefahr segen und darum sozusagen sicher ins Herkunftsland zurückkönntet. Und das ist eben bei dieser Frau so gewesen, dass sie russische Staatsbürgerin ist und darum hätte sie auf Russland weggewiesen werden sollen. Also nicht in ein Drittsland, sondern eigentlich quasi in ihre eigentliche Heimat, wenn man so will. Genau, also es ist ein bisschen speziell. Also sie ist von Russland eigentlich auf Kiew ausgewandert und hat dort gearbeitet, hat dort auch eine duerhafte Niederlassungsbewilligung gehabt in der Ukraine. Sie ist auch mit einem Ukrainer verheiratet gewesen und darum ist es für sie völlig unverständlich, warum man sie jetzt auf Russland wegweisen will. Weil für sie ist die Heimat Ukraine und mit Russland hat sie nicht mehr wahnsinnig viel zu tun. Der Titel, den du gewählt hast für deine Artikel, der zeigt ja darauf, dass sie eine putinkritische Person ist, nehme ich jetzt mal an. Und dass das wahrscheinlich ein Grund wäre, warum man ihr eigentlich Schutz bieten sollte. Genau, also das hat ihr Sohn gesagt, der der Entscheid kam, dass sie auf Russland gehen sollen. Und ja, eben für den Sohn ist es klar gewesen, dass es unmöglich ist, um auf Russland zurückzugehen, eben weil Putin ja der Feind ist. Und ja, also die Frau, also die Mutter von ihm hat sich mehrmals auf Social Media Putin kritisch geäussert. Sie hat auch ukrainische Soldaten betreut, medizinische Hilfe angeboten und ja, es ist wie eigentlich offensichtlich, dass sie in Russland gefährdet wäre oder mit der Einstellung und mit den Sachen, die sie gemacht hat seit Ausbruch des Krieges. Trotzdem, das Staatssekretariat für Migration verweigert den Schutzstatus. Du hast es vorhin gesagt, man hat gesagt, keine akute Bedrohung. Gibt es da noch eine Ausführung dazu? Also hat man das noch ein bisschen mehr Stoff gegeben dafür, warum man jetzt den Schutzstatus verweigert hat? Eben, man hat einfach, also die Begründung steht einfach, dass sie, dass sie nicht bedroht sind und sicher und dauerhaft zurückkommen auf ihr Heimatland. Oder das ist ja wie die Einschränkung von Leuten aus der Ukraine ohne ukrainischen Pass. Deter gibt es ja wie die Klausel sozusagen, dass man dann einen Anspruch hat auf den Schutzstatus SS, wenn man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für die Ukraine besitzt und nicht sicher und dauerhaft ins Herkunftsland zurück kann. Und das hat das Migrationsamt offenbar so beurteilt, in dem Fall, dass sie eben sicher und dauerhaft zurück kann. Wieso genau jetzt, dass das da in dem Fall so entschieden worden ist, erschlüsse ich mir nicht wirklich. Sie sind offenbar nach dieser Kurzbefragung zum Schluss gekommen, dass das kein Problem sei, in Russland zurückzugehen. Man muss aber da, finde ich, schon noch fairerweise darauf hinweisen, eben es sind, ich habe es vorher schon gesagt, es sind über 6'000 Gesuche gut geheissen worden für den Schutzstatus S und insgesamt nur in Anführungsschlusszeichen ein bisschen etwas über 700 Gesuche abgelennt worden. Und jetzt auch im Fall von russischen Staatsbürgern ist eigentlich die Mehrheit, die hat auch einen Schutzstatus S bekommen. Also jetzt dieser Fall, so stossend er in diesem Einzelfall ist, aus meiner Sicht, ist jetzt nicht sozusagen die Regel. Katharina Siegrisch vom Juristischen Beratungsdienst, vom Beobachter, zwei Fälle, wo es scheinbar eben ums Gleiche geht. Und gleichzeitig zeigen die auch auf die beiden Fälle, wie gross die Spannbreite ist zwischen diesen verschiedenen Fällen, wo müssen von den Behörden beurteilt werden. Und in jedem Fall muss jetzt tatsächlich, hat man so das Gefühl, individuell beurteilt werden. Ist das ein riesiger Aufwand? Es ist richtig. Also man hat nicht nur das Gefühl, dass das so ist, es ist tatsächlich so. Also in jedem Fall wird individuell beurteilt. Und das braucht natürlich auch sehr viel Zeit und Kapazitäten. Und ich glaube, im Zug der Ukraine-Krise oder Kriege sind die Ämter da ein bisschen an die Grenzen gestossen oder eben darüber hinaus. Und überall dort, wo es halt zu wenige Leute hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in allen Fällen passiert, auch grösser. Aber eben die Kurzbefragung, die du gesagt hast, ist das eine Regel? Genau, also jetzt eben bei dem speziellen Fall von dem Schutzstatus S ist das ja tatsächlich auch so gewollt gewesen politisch, dass man schnell und effizient den Status aussprechen soll und dementsprechend auch die Verfahren schnell durchführt. Ich meine, anders wäre es ja gar nicht machbar gewesen. Oder ich habe jetzt, ich habe nach dem Text nachher noch weiter recherchiert. Und es ist tatsächlich so, dass eben, so wie Kathrin das gesagt hat, die Ämter sehr einen Anschlag gekommen sind von den Kapazitäten. Oder sie haben mir da geschrieben, Staatssekretariat für Migration, dass sie eigentlich im Asylbereich auf eine Behandlung von 16'000 Asylgesuche pro Jahr ausgerichtet sind. Wie viel sind es zur Erinnerung nochmal gewesen aus der Urkainanlage? Über 60'000. Eben. Genau. Und normalerweise machen sie etwa 1'500 Asylgesuche pro Monat bearbeiten. Und im Frühling, im März und April hatten sie 1'800 Gesuche pro Tag für den Schutzstatus S. Und darum hat auch Staatssekretariat für Migration damals im Frühling wegen der Überlastung sozusagen auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus anderen Departements sozusagen zur Notfallmässigung rekrutiert, um diese Gesuche zu bearbeiten und beispielsweise gibt es auch Leute, die diese Gesuche bearbeitet haben, die normalerweise überhaupt nicht mit so Sachen konfrontiert sind. Ich habe hier ein Beispiel von einer Person, die normalerweise beim Bundesamt für Raumentwicklung arbeitet und sie sagt das selber, ich habe null juristische Kenntnisse und habe gestaunt, wie selbstständig ich arbeiten durfte und Selbstverfügungen erlassen konnte. Und einfach in diesem Zusammenhang sind offenbar auch Fehlentscheide gefehlt worden. Also es ist auch eine verständliche Überforderung, wenn man mit solch einer Massen konfrontiert ist, wenn man auf viel weniger Leute eingestellt ist. Das scheint schon klar. Jetzt Katharina, in einem sind die beiden Fälle ja trotzdem vergleichbar. Also der Bedrohungsstatus wird in beiden Fällen einfach nicht so wahrgenommen, wie die Leute die Betroffenen das selber wahrnehmen. Also ich meinte Indien als Heimat einen russischen Pass. Und dann passiert das. Ja, Härtefälle oder ist das schwierig zu vermeiden? Die Behörden haben halt ein sehr grosses Ermessen und sie schätzen dann halt auch eine politische Lage in einem ausländischen Staat vielleicht anders ein, als das für die Betroffenen, gerade wie die das empfinden. Und das ist eine grosse Belastung und man ist auch halt ein bisschen ohnmächtig, weil so eine Praxis sich ja auch ändern kann. Vielleicht auch zum Nachteil. Also ich glaube gerade bei den Tibeten, es wird kaum ein Tibeter nach China weggewiesen. Und in Indien sieht das halt ganz anders aus. Da geht man davon aus, dass man sicher leben kann als Tibeter dort. Aber es sind doch recht heikle Geschichten, die wir da hören, oder? Weil da steht immer irgendwie ein Gesetz und auf der anderen Seite steht das, wo man ein menschliches Empfinden, könnte man es kurz zusammenfassen, oder nicht? Ja, ich glaube auch für die Betroffenen ist das sehr belastend und eben so eine unsichere Situation. Man muss auch noch ein bisschen sagen, also die Ämter, würde ich schon sagen, haben halt auch die Haltung mal im Zweifel eher ein Asylgesuch abzuweisen als gut zu heissen. Und das macht es für viele halt noch sehr viel schwerer. Jetzt Anina und Lukas, Sie sind mit solchen Fällen konfrontiert. Und man ist ja nicht nur Journalistin und Journalist, sondern man ist auch noch Mensch daneben. Oder wie sind Sie damit umgegangen dann? Also wenn man so etwas... Also man hat ja das Gefühl, eigentlich wird dann Leute unnächtig. Ja, ich glaube, in meinem Fall ist es jetzt so ein bisschen ein spezieller Fall, weil die Wegweisung ist ja eigentlich legal. Sie hat wirklich falsche Identität angegeben und damit gegen Schweizer Gesetz verstoßen. Aber eben, wie gesagt, man gehört ja dann den Menschen und die Geschichte. Und in dem Fall ist sie mit Fifi eigentlich mal auf Indien ins Internet gesetzt worden von ihren Eltern, um die tibetische Kultur, die tibetische Sprache zu lernen. Und eigentlich ist immer wieder gedacht, dass das Kind mit den Eltern wieder zusammengeführt wird. Und am Schluss hat die Zusammenführung dann erst mit 24, also fast zwölf Jahre später, passieren können. Und wenn man irgendwie so das Schicksal von der PMA-T-Ring sich so ein bisschen im Kopf hat, so lange trennt sie von der Mutter und alles, was sie in Indien kennt, ist eigentlich das Internat und Schule. Und alles, was sie hat wollen, ist endlich wieder mit der Mutter zusammenzuleben. Und dann versteht man den Grund, warum sie die Flucht in die Schweiz gewagt hat, warum sie vielleicht einen falschen Namen angegeben hat. Und versteht auch, warum sie sich dann gegen diese Ausschaffung gewehrt hat, weil in Indien quasi nichts auf sie gewartet hat. Keine Familie, keine Struktur, keine Arbeit, kein Haus. Ja, einfach zurückgehen zum Nicht quasi. Genau, ja. Lukas? Ja, also auch bei meinem Fall hat mich das Gespräch mit dieser Mutter und ihrem Sohn sehr betroffen gemacht. Persönlich, weil man hat ihre angemerkt, darum hat sie auch nicht mit Namen auftreten. Darum haben wir sie jetzt im Text auch anonymisiert und auch ihre Geschichte in der Ukraine so verändert, dass sie von den Behörden nicht erkannt wird, weil sie einfach grosse Angst hat, dass sie dann quasi tatsächlich zurück auf Russland müsste, dass sie dort an Leib und Leben gefährdet ist. Ja, und wie Kathrin das auch gesagt hat, oder sie hat mir gesagt, ich habe das auch da im Text so zitiert, ich hatte das Gefühl, dass der Beamte gegen uns war, oder man muss sich vorstellen, die ist irgendwie aus einem Bombenhagel hier in die Schweiz geflüchtet und hat dann da den Eindruck bekommen, dass man irgendwie eine Verbrecherin ist und irgendwie etwas falsch gemacht hat oder ich weiss auch nicht. Und das ist schon wenig verständlich. In ihrem Fall hat sie ja noch rechtliche Möglichkeiten, also sie hat jetzt ihren Entscheid auch noch weitergezogen als Bundesverwaltungsgericht. Man muss aber, darf ich schon auch noch sagen, ich meine, man kann sich natürlich gegen solche Entscheide wehren, aber häufig, also ich meine, sie hat jetzt einfach das Glück gehabt, das ist eine Frau mit guter Bildung, hat ein grosses Netzwerk und hat darum auch jetzt eine anwaltschaftliche Vertretung gefunden und so, aber in anderen Fällen ist es halt schwieriger, oder, wenn man gerade irgendwie schlechte Bildung hat, gar nicht weiss, was einem für rechtliche Mittel offensteht. Katharina, eben, ich wollte gerade noch fragen nach den Wegen, die es dann gibt, ob man dann in diesen Fällen auch noch weiterziehen kann. Also die Russin hat das gemacht, aber wie sehen dann die Chancen aus für so etwas? Also jetzt gerade beim konkreten Fall von der Russin. Das kann ich schlichtweg nicht beurteilen. Es hätte schon einen Fall gegeben, ich glaube, da schreibst du auch darüber, über Lukas vom Bundesverwaltungsgericht, wo in einem ähnlichen Fall eben genau anders beurteilt worden ist. Und es hat dort auch Forderungen gegeben, dass man bei einem abgewiesenen S-Status halt automatisch sollte ein normales Asylverfahren einleiten. Das wäre eine Praxisänderung, die sich dort auskönnt, die ergeben, auch, wo für viele sicher nicht hilfreich wäre. Und was ist im anderen Fall von der Tibeterin, die jetzt zurück ist? Ja, da sehe ich eher schwarz. Also da geht es, oder würde es ja darum gehen, dass es antipolitische Situationen in Indien anders beurteilen würde. Und das ist momentan kaum absehbar. Jetzt zurück zu der inneren Geschichte, Anina. Wenn Mutter und Tochter, also Tochter Wössermäzt ist in Indien und Mutter ist aber immer noch da. Mutter ist immer noch in der Schweiz, aber ziemlich isoliert und das geht ihr auch nicht gut. Vielleicht zum Verstehen, eben, die Mutter hat keine Schulbildung. Sie hat den ganzen Prozess und die ganzen juristischen Abläufe, die jetzt mit der Ausschaffung ihrer Tochter passiert sind, mich nicht verstanden. Ich glaube, sie haben mehrmals vergessen Antworten auf irgendwelche Entscheiden, die vom Amt gekommen sind. Sie haben viel gespart, haben sie sich rechtliche Unterstützung geholt. Und ich glaube, den ganzen Prozess zum Verstehen, aus welchem Grund, dass die Tochter jetzt nicht mehr bei ihr wohnen darf, hat die Mutter nicht zu machen. Und dementsprechend ist sie jetzt ziemlich verzweifelt in der Schweiz und hat grosse Hoffnungen, dass irgendwie die Tochter wieder zurückkommen kann. Also wie der Lukas vorhin gesagt hat, es ist auch noch entscheidend, und ob man tatsächlich auch weiss, was für Mittel man in der Hand hätte. Und die Chance ist gross, wenn man ja die entsprechende Bildung hat, dass man ja darauf eingeweisen wird. Behörden werden ja kaum darauf einweisen, was für Mittel das es gibt, wo man rekurrieren könnte. Oder wie sieht das aus, Katharina? Ja, es ist schon so, man muss selber aktiv werden. Ich glaube, bei vielen ist es eben mangelnde Sprachkenntnisse, aber auch, wenn die Leute halt aus einem Kulturkreis kommen, wo sie sich gar nicht getrauen, irgendwie gegen den Staat zu opponieren oder mal irgendetwas zu machen. Lukas, wie ist es jetzt bei dir? Also der Fall ist jetzt weitergezogen worden. Aber wo sind denn die beiden jetzt, Sohn und Mutter? Genau, also der Fall ist immer noch hängig vom Bundesverwaltungsgericht. Bis, also wenn der Podcast ausstrahlt wird, ist noch nicht entschieden worden, ob sie muss gehen oder kann da bleiben. Ich gehe schon davon aus, also jetzt, wenn man jetzt, die Rechtsprechung ist zwar relativ jung, also ich habe das jetzt gerade gestern nochmal nachgefragt, beim Bundesverwaltungsgericht, da sind bis jetzt erst 103 von diesen Beschwerden bearbeitet worden oder erledigt worden. Und ja, aber ich gehe schon davon aus jetzt aufgrund dieser Geschichte, dass sie, dass die beiden da bleiben können. Und entweder direkt einen Schutzstand aus S bekommen oder eben das ordentliche Asylverfahren irgendwie eingeleitet wird. Ja, und sie sind immer noch da. Sie sind im Kanton Basel-Land, bei einer Gastfamilie, die sie damals aufgenommen hat. Jetzt etwas anderes, was mir noch aufgefallen ist. Drei Jahre hat man jetzt die junge Tibeterin in Sitzel. Das ist eine rechte Menge Zeit, wo es den Leuten ja nicht speziell gut geht, wenn sie immer so im Gedanken haben, dass im Hintergrund irgendetwas schwebt oder darf ich bleiben oder darf ich nicht bleiben. Also muss das so lange gehen, erstens mal? Hat das auch wieder mit dem Arschwellen von Fels zu tun? Mit was hat das so lange gehen? Also was jetzt da der Grund ist, weiss ich nicht. Aber ich würde jetzt mal behaupten, drei Jahre ist jetzt gar nicht mal das Längste, was es da gibt. Letzten Endes schaut man immer, dass die Leute freiwillig eigentlich wieder zurückkehren ins Herkunftsland. Wenn das nicht geht, droht man dann eben mit Sanktionen oder eben mit einer polizeilichen Begleitung. Und das kann durchaus noch viel länger gehen als drei Jahre. Du hast vorhin eine Praxisänderung angesprochen, die im Raum steht. Eine Praxisänderung, also vor allem die Schweizerische Flüchtlingshilfe, macht sich da glaube ich stark. Dass eben bei abgelehnten Essgesuchen nicht sofort eine Wegweisung verfügt wird, sondern dass automatisch ein normales Asylverfahren eingeleitet wird. Dort würde man dann auch die Asylgründe viel gründlicher und länger prüfen. Aber das bedeutet halt auf der anderen Seite wieder mehr Arbeit für die Ämter, die jetzt noch immer am Anschlag sind. Und ob man da irgendwie einen Kompromiss findet oder einen Weg, das ist jetzt glaube ich noch recht ungewiss. Zwei verschiedene Fälle von Wegweisung. Herzlichen Dank für das Gespräch an Nina Frischknecht, Katharina Siegrist und Lukas Lippert. Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Mahail Kohler. Nachzulesen sind beide Geschichten im Heft Nummer 18 vom 2. September 2022. Vielen Dank. Vielen Dank.